So, es geht weiter mit Fußballmanager 10. Haben ein schweres Spiel für uns. Musikslot. Gegen Arsenal. Was ich natürlich vorher gesehen hatte. Und was mich immer noch ankürzt. So, gut, weiter. Hä, das macht eine EO. Kron-Robo-Zieler. Na, lad, 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 ah ja. Was macht der hier oben? Haben eine Reserve. So, gut. Ja. Gegen Hasene. Robo-Karl. Mich kotzt er es an. Na, Mensch. So. Ach, ja. Danach gegen die Bayern. Das ist ja hier auch. Das sind ja rosige Spiele, die hier vor uns auftreten. Komm. Tun. Machen. Van Persi. Sehr interessant. Ui, der hat ja auch schon gut zugelegt hier. 22 Jahre. Ein perfekter Spieler. Gut. Muss ich noch mit irgendjemandem reden? Wie benutzen wir sie? Elia. Bala. Kisega Honda. Kisega Honda. Kisega Honda. Kisega Honda. Hof ich mir eigentlich relativ viel. Aber hofen ist gut. Wieso ist der eigentlich jetzt hier schon so stark? Na ja, gut. Hat nur eigentlich gute Stärke. Hat aber. kann von den Punkt, von den Stärkenpunkten kann ich noch gar noch... Constance ist eigentlich recht... recht, recht beeindruckend. Juh, ich hab eine Nachricht bekommen. Hm, gut. Was, 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 was? Interessant. Aaaaaah! So, Abpfiff, Abpfiff! Konzentration. Oh, du, du, ich sehe gar nicht. Jüterjön. Na, gehen wir mal noch kurz drauf. Außer wenn, Torwart und Sydney und Dennis August sind ja nicht gerade sehr besonders drauf, aber na gut. Ach, du hast schon genervt, der Schiedsrichter. Oh, du hast schon genervt, der Schiedsrichter. Ich ging die Türe auf, wenn sie stand da Und zwar scheißegal, denn wir beide waren uns nah Keiner Kontrolle ist mir wichtig Zeit so sehr öffnet dein Herz Und du siehst, es ist einfach leer Wieso hat Ardatoran 4... 4,0 Sydney 4,5 Dann ist auch 4,0 Irgendwie beeindruckend Elia... Na gut... Sicher ist sicher Ich geh mal drauf Eduardo, Aaron Ramsey Jetzt haben sie mal richtig einen Sturm gebracht Du musst vermehlen Du musst vermehlen Also jetzt ist ein bisschen nizio Ich hab's irgendwie gewusst, oder geahnt Kannst du mir sagen, warum hab ich sie verloren Bitte wenigstens rein Gehen wir nochmal drauf Und jetzt überraschen kriegen wir mal noch Ronaldo Für Berg Mal sehen Ja dann... Da pfeift er ab, wenn die... Die Uhr trägt mir irgendwann mit der Hand Die Farben des Hamburger Frauen Dann pfeift er ab, Junge Ey! Oh Merz Ich hab da bloß ehens Also in der ersten Halbzeit wollen wir eigentlich voll überlegen Ich hab gesagt Das gibt's doch gar nicht Das gibt's doch gar nicht War gut War gut Gut, da wird er, wird er schön Von Frank Rostas wird er hochgehen Die, äh... Moral Oh Gott, gegen die Bayern Hm Aber Dings war auch nicht so... Extrem, wie ich mir gedacht hatte Die Sägerhunter war auch nicht so besonders Ich hab ja gedacht, der... Zeigt mehr, macht mehr, kann mehr, tut mehr Jodelt mehr Mehr, 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 mehr Hinspieler geht bis 1-1 Hm Den ist August Petritsch raus Jango Brinkführer Petritsch raus Jango Brinkführer Petritsch raus Jango Brinkführer Petritsch rinkendische Rosenhal Metzelder Wir werden auf jeden Fall mal mitnehmen Das ist eine Kruppel wie dich Das Name mit deinem Stich Das hier ist Ignot Das hier ist ja Rom Wo uns grad die Welt ist Nee, hat mir nicht so gefallen Backmänner ist mir eigentlich gut Wieso ist der Aff eigentlich schon so alt? Turan war gel... Lia... Balak Offensiv Achso Ach, Elan hätte ich fast vergessen Und die Waffen jetzt raus in Berlin Keine Stadt offen und erwirbt Du meine Freundin Zirad wieder Ähm... Ja... Jango gut Hm... Tschüss